hallo und willkommen zurück zu diesem neuen video auf aqua addicted eurem aquaristik kanal und ihr habt uns die frage sehr sehr oft gestellt unter dem innenfilter video und dem außenfilter video generell auch in den videos zuvor ihr habt gefragt macht doch mal bitte ein video zum juwelenfilter könnt ihr euch dazu mal äußern was in eurer meinung funktioniert da funktioniert er nicht ist diese originale bestückung gut kann man den gedroht nutzen muss man ihn austauschen wie kriege ich den raus aus dem aquarium und so weiter und so fort und wir haben uns gedacht genau das werden wir heute für euch tun wir machen ein ausführliches review zum juwelenfilter also es gibt ja verschiedene größen davon aber das prinzip ist dasselbe wir werden euch alles was es dazu zu wissen gibt erklären und dann bleiben hoffentlich keine fragen mehr offen viel spaß in diesem video los geht's ja eines unserer ersten videos war ja oder der erste teil war ja diese einrichtungsserie von dem kleinen aquarium das haben wir ja bei ihrem laden gemacht und sind dann durch die anlage durch und haben euch quasi verschiedene becken gezeigt vorgestellt die es so gibt ich glaube das ist die beliebsten aquarium für dein zuhause oder sowas genau und eines unserer meist geklicktesten videos ja verrückt auf jeden fall waren da einige aquarium vom hersteller juwel aus niedersachsen dabei und juwel ist eigentlich der älteste aquariumhersteller oder täusche ich mich da in deutschland jetzt erwischste mich ich war ja da du warst dort genau 1960 1955 56 56 keine ahnung warst du dort so lange gibt es denn schon ja gibt es schon eine ganze weile stimmt du hast auch glaube ich mal bilder gezeigt damit ist das kohlebecken mit näher und wir haben am anfang ein klassisches rahmen aber auch damals war das schön plug and play ja und das ist genau das was juwel ausmacht plug and play ja und vor allen dingen die produktion ist glaube ich auch so das sucht erstmal glaube ich in europa ist auch so ein bisschen seinesgleichen ja es wird nämlich mit robotern aus der automobilindustrie gefertigt die aquareien die aquareien genau und alles wird in europa produziert also auch kunststoffe und glas kommt alles aus europa und wird dann in niedersachsen zusammengebaut das ganze ja ich glaube die abdeckung kommt hier die firma ist eigentlich fast nebenan die die grund das kunststoffprofil macht ja also alles relativ regional und dafür ja auch sehr sehr guten preis also es geht doch auch ohne china definitiv ja und geht auch jetzt noch ja jetzt geht es was man dazu sagen also ganz ehrlich und das ist jetzt unsere ehrliche meinung wir halten viel von juwel wir werden jetzt nicht gesponsert von juwel und der grund warum hier so viele also auch bei mir im laden so viele juwel aquareien stehen ist einfach dass die dinger gut sind sie sind wirklich gut natürlich für den aquascaper der weiß glas mit transparenten silikonnähten und einer high end led will da ist das nix weil der möchte kein plug and play er möchte sich sein system zusammenstellen das ist wie derjenige der sich sein fahrrad von grund auf zusammenbaut und alle komponenten einzeln kauft aber wie viele leute machen das die meisten aquare noch und gerade die die neu einsteigen die wollen ein komplett system aquarium und da muss man jetzt mal ganz ehrlich an dieser stelle sagen der schrank ist vernünftig das becken ist wirklich gut die technik die da drin ist ist solide und die becken kommen standardmäßig mit einer einfachen aber wirklich hellen und effektiven led beleuchtung die auch wirklich genügt und da unten also auch bei ich weiß es ja weil ich 125er erst im anderen laden gemacht habe man kann einen tenellum rasen halten man kann auch eleocharis halten man kann pflanzen die rot werden auch in diesem aquarium rot bekommen wenn alles andere passt es ist okay und der punkt an dem sich oftmals die geister scheiden bei diesen aquarien ist der juwel innenfilter und der ist bei juwel standardmäßig immer verklebt er ist immer hinten rechts in der ecke und du hast ja gesagt der punkt also der produktionsschritt der wohl am hässlichsten ist bei juwel den aber jeder mal machen muss ist diesen filter da einzukleben genau weil sie alle müssen alles mal machen so genau aber den filter wirklich so einzukleben ja ist wohl eines der schwierigsten aufgaben weil es nicht schmieren soll gerade für den anfang jetzt wenn jemand ganz neu auf diese station kommt ja das ist das wo man ein bisschen die meiste fingerfertigkeit braucht nun sagen immer viele 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 kunden ja warum ist der denn eingeklebt warum ist der da hinten rechts eingeklebt warum kann ich dieses becken nicht ohne filter kaufen und das gab es mal das gab es mal und warum gibt es nicht mehr das hat sich das wollte keiner also es hat sich so nicht durchgesetzt der preisunterschied war glaube ich gar nicht so groß die haben es wieder abgeschafft okay also die juwel hat es mal probiert ja die hatten mal so ein basic becken so wo das nicht dabei war ja ich sehe aber auch wie gesagt gar keinen grund außer man will platz und optik warum man den entfernen sollte und dafür hat juwel sich ja auch was einfallen lassen denn dieses aquarium hat ja hinten trotzdem immer links und rechts die aussparung ja das reicht auch locker nicht nur für kabel sondern für filterschläuche also es kommt immer mal vor dass den kunden nicht mehr haben wollen jetzt beantworte ich gleich mal die frage wie kriegt man diesen filter raus also er ist je nach beckengröße mit vier bis sechs punkten silikon eingeklebt es geht hässlich ich zieh das becken mal rum dann ist das glaube ich nicht sehen genau ja so ja genau drehen wir das mal schön rum und dann siehst du das wie viele becken davon hast du schon ausgeliefert und irgendwelche unzähliger also es waren viele und ich habe auch schon für kunden diese filter ausgebaut ich empfehle ausdrücklich keinem kunden zu hause das zu machen wenn er damit keine erfahrung hat die gefahr dass er in irgendein form dieses becken zerstört ist mir einfach zu groß und wir bieten zumindest hier im laden an wenn jemand wirklich unbedingt diese aquarium mit dem außenfilter will wir bauen diesen filter der da drin ist aus wir legen ihn mit rein also der kann man nicht vom preis abziehen oder sowas also der kunde muss das dann schon mitnehmen und stellten sich dann halt noch mal hin und das funktioniert das auch ich mache das mit einem kollegen zusammen wir haben dann eine bestimmte technik mit dem katermesser möchte ich jetzt nicht so genau darauf eingehen wir machen das wie gesagt im laden aber es gibt jetzt hier von uns keine anleitung mit dem katermesser besser ist eine starke angelsäne zu nehmen und das durchzuschneiden dann quasi mit so einem naja zum seitzug system das dann einfach durch zu machen es funktioniert wirklich erstaunlich einfach und gut ja wie gesagt eine anleitung gibt es jetzt von uns nicht wir sagen nur dazu man kriegt ihn raus kommen wir gleich zum nächsten punkt weil ich das immer wieder von kunden höre oder auch von euch als zuschauer ja aber hier ist doch direkt dahinter und allen und das ist doch ein problem und das leidet doch mein aquarium darunter es passiert ja und zwischen kies und scheibe habe ich schon so viele kunden aquarien gesehen die jetzt zum beispiel nicht mit der zahnbürste rangehen oder unsere easy carbo methode benutzen da ist auch algen und dreck warum ist das so das glas leitet licht und oftmals stehen die becken auch in wohnungen wo zum beispiel seitlich lichteinfall möglich ist ja das passiert und ja hier ist so eine kleine patina das beeinflusst nicht die wasserwerte das bringt keine algengüten im aquarium und das ist auch generell nicht schlimm es sieht nicht gut aus das stimmt man kann aber natürlich gut das sieht der filter auch so nicht wenn ich von hier aufs aquarium gucke ist das auch so jetzt keine schönheit aber das passiert ihr könnt dagegen nichts machen ihr könnt das ganze aus ausbauen drauf machen ja gut von außen verlieren aber das ist passiert das ist eben einfach so so und er ist auch wie man jetzt hier schön sieht ist auch für den englischen beziehungsweise japanischen markt gedacht für die rechts lenker man hat diese schlitze die hier ansaugen auch auf der seite die eigentlich eingeklebt ist also man könnte diesen filter theoretisch auch rausschneiden das hat auch schon mal ein kunde gemacht und hat den verkehr drum auf der anderen seite eingebaut das geht auch dann sind diese schlitze von und die anderen an der scheibe ich muss ja gerade wieder diese auto analogien ja in dem außenfilter video waren wir schon ganz schön also in den innen und außenfilter da hat man es irgendwie mit auto vergleichen aber vielleicht weil es einfach technik und technik ist ja oft parallel das liegt so beieinander genau also man kann ihn ausbauen ja und er verallt von hinten ja ihr guckt aber in der regel nicht von da ins aquarium sondern von vorne und dann ist das kein problem und wir zeigen euch auch gleich noch ein juwel rio 240 was bei mir seit 2015 das sind jetzt fünf jahre mit diesem filter hier läuft und er ist von vorne komplett mit moos gekovert da ist auch direkt dahinter kann ich mit leben gut ich würde sagen wir machen es jetzt mal anders wir haben euch das ganze jetzt hier am becken gezeigt und da gibt es auch dieses beipack was da immer dabei ist das display genau wir wählen das display display ich habe aber noch was ganz anderes nämlich und das ist viel viel schöner zum erklären ich habe das ganze auch noch mal lose denn ihr könnt diesen filter auch kaufen bei juwel zum selbst einleben in euer nicht juwel aquarium wird so gut wie nie gemacht aber die möglichkeit besteht und ja jetzt werden wir euch mal die technik dahinter erklären und genau zeigen wie das ganze funktioniert und was da alles drin ist ja und das machen wir jetzt so wir haben uns hier wieder an unserem scaping aquarium trocken table eingefunden ich habe nicht so eine stylische lösung wie du im laden somit extension zum ausziehen aber es funktioniert auch und ihr zuschauer kennt das teil ja noch von unserem dünge video oder unseren dünge videos und wir haben gerade festgestellt dass man das hier ganz gut demonstrieren kann so das erste was mir hier auffällt ist neben dem filter finde ich hier noch eine tube silikon also juwel packt dann gleich das silikon zum einkleben mit rein ich werde diesen filter übrigens demnächst auch ein kleben weil ich bei uns in der aquarienanlage noch ein becken aufsteller in das aufgebundene pflanzen reinkommen also die ganzen saugwurzeln von juwel nicht von juwel blödsinn von tropica kommen in ein becken mit diesem juwel filter und deswegen werde ich den dann auch demnächst selbst mal einkleben und ich bin gespannt ob ich das hinkriege weil silikon ist nicht mein werkstoff okay jetzt haben wir den filterbehälter und der ist in aller regel so eingebaut saugt hier an saugt hier an und hier kommt das wasser raus so sitzt der in der ecke bei den hohen becken ist es so der hängt entweder in der luft oder es gibt unten noch mal so einen blindkasten der da dran ist dass das ganze komplett zu ist jetzt habe ich eben gesagt wir hatten einen kunden der das teil das war letztes jahr dem habe ich das ausgebaut und er hat ihn wieder eingeklebt nun ist es aber so wenn man ihn auf der anderen seite ein klebt dann zeigt der ausströmer natürlich nach vorn und man muss das ganze dann umleiten die frage kam gestern erst in einem video wie soll man den korrekt einstellen was macht sinn also lieber zuschauer oder liebe zuschauerinnen ich kann dir jetzt nur erklären wie ich es immer mache oder zeigen ich verwende den filter in meinen becken hier im laden immer so dass der auslauf schräg richtung wasseroberfläche zeigt und dann so eine strömung im aquarium erzeugt also es ist zirkulation da und entweder habe ich dann auf die linke seite im aquarium noch einen eheim skimmer oder das habe ich jetzt für mich ganz neu entdeckt ich finde mittlerweile für diese juwel innenfilter den juwel skimmer echt cool weil der ist dann auch wie du schon gesagt das plug and play hier hinten mit drin also ich habe dann die komplette technik drin ich sagte sie hat einen nachteil der juwel filter die originale saughalterung die dabei ist die funktioniert nicht wirklich gut also ich finde den perfekt für diese aquaien hier weil er hängt da einfach stabil drin und da gibt es keinen saugnapf der verschleißt oder es wackelt nicht sagst du nicht dass das hier hinten dann dass die kamera dann hinten drauf ist oder sowas ja am anfang ist es so wenn das teil neu läuft und er zieht sehr sehr viel dreck an also viel kam aus dann kommt die zum teil hier vorne erstmal wieder raus die zirkuliert eine weile im kreis aber man macht den filter dann zwei dreimal sauber und dann funktioniert das warum kam haut wir haben das glaube ich schon mal angedeutet in fast jedem aquarium von juwel mit diesem innenfilter kommt es zu einer kam haut der hersteller ist top keine frage wir halten wirklich große stücke auf juwel das ist aber einfach ein technisch bedingtes und und physikalisch bedingtes problem das entsteht einfach trotz dass diese filterströmung hier nach oben zeigt irgendwann entsteht eine kam haut und das passiert in vielen juwel becken das passiert aber auch in anderen aquarien und hier bei mir im laden laufen allein fünf oder sechs mal permanent an allen möglichen aquarien hat damit nichts zu tun kommt aber wie gesagt häufiger vor und wir sagen es euch ja auch wenn ihr eine co2-düngung verwendet ihr müsst einfach darauf achten oder dafür sorgen dass die wasseroberfläche clean bleibt damit ein gas austausch stattfindet damit co2 raus und sauerstoff rein kann deswegen unsere ausdrückliche empfehlung verwendeten skimmer und hier funktioniert der von juwel sehr gut wollen wir den filter mal auseinander nehmen ja ok was sehen wir hier oben als allererstes so eine schöne bürste und diese bürste nicht ja hat man mit dem fluss stimmt das war genau das war die stein die drachenstein putzbürste cool das war eine kleine aktion das kommt bald wieder so und jetzt haben wir hier die pumpe und ich nehme erstmal die pumpe raus weil jetzt können wir natürlich gleich die bürsten funktion mit einfließen lassen also das ist die juwel in pumpe und in dem fall die eco flow 600 die macht 600 liter die stunde davon gibt es eine 500er eine 600er die tausender und die 1500er je nach modell da haben sie auch gut daran gearbeitet die frühere war das in gummi tropfen ja ja noch ein stück ist mein das ding und das ist doch dann immer das ist immer hart geworden und ist dann abgefallen genau genau und jetzt ist das diese rum gut geändert genau also ihr müsst diesen filter regelmäßig oder diese pumpe regelmäßig auseinandernehmen geht übel easy also man kriegt hier alles schön auseinander und dafür ist das bürstchen echt gut also man muss das hier schon immer mal sauber machen also auch wenn dieser filter permanent arbeitet und eigentlich hier nur sauberes wasser ankommen müsste ja kommt trotzdem noch dreck an also hier muss man wirklich regelmäßig mal hand oder bürste anlegen und deswegen liegt die gleich dabei ich habe immer und immer wieder bei meinem kunden im laden dass dann doch mal jemand kommt und sagt ja der filter ist kaputt oder die pumpe läuft nicht mehr auch bei juwel ja die würde einfach noch nie sauber gemacht das ist das problem und dann läuft die auch wieder wenn sie sauber ist macht man sie nicht sauber dann läuft sie heiß so und jetzt sagen auch viele kunden ja moment ich habe sauber gemacht und danach lief die pumpe nicht mehr warum lief sie denn vorher ganz einfach auch wenn viel dreck drin ist das teil läuft irgendwie gerade so bis zu dem punkt wo ihr den stecker zieht und die pumpe fest hängt oder aus ist und dann hängt sie fest und dann geht sie nicht wieder an deswegen merkt man das immer erst wenn sie aus ist nachdem man den stecker gezogen hat und dann geht sie nicht wieder an und wenn die ewig aus ist und wird dann irgendwann heiß dann brennt die auch durch und dann ist sie wirklich kaputt also es kommt auch vor die technik wird halt wasser gekühlt ja und gerade wenn dann noch der durchschluss reduziert ist nicht mehr so viel wasser durch fließt dann wird die auch heiß genau pflegt eure technik bevor wir zum innenleben des filters kommen möchte ich jetzt noch mal ganz schnell was zu dieser konstruktion hier sagen weil auch ein oft geäußertes vorurteil ist ja aber wenn ich kleine fische habe und die schwimmen hier rein dann werde ich doch von der pumpe geschreddert und dann funktioniert der filter doch gar nicht weil warum soll das wasser hier rein fließen wenn es auch da rein fließt das ist eine sehr kluge konstruktion von der firma juwel und zwei kreisläufe genau ich nehme jetzt mal diesen zwischenraum hier raus also ihr müsst euch das so vorstellen das teil liegt unten flach in diesem filterbehälter auf und die pumpe saugt das wasser durch diesen kanal und der kanal ist aber zu also muss das wasser hier rein und wie kommt es jetzt von da nach da das wasser was hier rein fließt in diesem zwischenraum muss entweder hier oben durch dieses kleine loch oder durch dieses loch da hängt übrigens auch der heizer der wird auch abgekühlt in diesen filter rein kommen und die pumpe saugt an zwei stellen die saugt hier und die saugt da warum ist das so weil dieser filter aus zwei individuellen einsätzen besteht was denn jetzt die speicherkarte war gerade leer und wir mussten jetzt eine zwangspause machen und ich glaube du hast es bis zu dem zeitpunkt gefilmt wo ich gesagt habe dieser einsatz hier funktioniert so dass die pumpe das wasser durch diese zwei einzelnen filterkammer gut jetzt sind wir wieder auf dem aktuellen stand der dinge gut jetzt zeige ich euch mal diese zwei filterkammern und erkläre euch noch was dazu denn das ist einmal die also nicht filterkammern das ist eigentlich nur eine filterkammer aber es sind zwei einsätze und irgendwie ist einer nur zu zwei dritteln voll das erkläre ich euch aber auch gleich so und jetzt siehst du hier noch mal die zwei löcher also die pumpe sagt ganz unten an und die sagt in der mitte an sieht man das wie sie sehen sehen sie nicht ja ist schwierig sehe ich eins gell nee da fließt das wasser ja rein ich meine ich gucke hier aufs display ich sehe gar nichts ja dann machen wir es noch mal anders machen es noch mal so also ihr seht die pumpe selbst saugt über hier und über hier und das wasser was in dieser kammer steht oder in diese kammer einfließt muss von hier erstmal durch das filtermaterial bevor es von der pumpe angesaugt wird das heißt jetzt drauf okay ja hier sieht man noch mal schön die halterung vom heizer der auch verschwunden ist im filter okay jetzt haben wir hier zwei filter einsätze also dieses filterprinzip funktioniert so bioflor einmal wird wasser von unten angesaugt einmal von oben also man hat man fördert damit auch die denitifikation im filter also denitifikation ist nitratabbau und der erfordert halt etwas weniger oder eigentlich im prinzip kaum strömung also wenig strömung und vor allen dingen sauerstofffreiheit oder eine sauerstoffarme zone und indem man jetzt hier unten die schwemme einfach nicht so frequentiert durchströmt hat so wie hier oben ist es hier unten nicht der fall fließt wasser viel viel langsamer durch und es wird gefördert dass hier unten nitrat abgebaut werden kann die schwemme auch viel feiner die schwemme unten sind feiner ganz genau aus dem grund dass eben je feiner die porengröße umso weniger sauerstoff zusätzlich ist hier unten noch eine option also juwel packt ihr den filter schon funktionsfähig hier rein aber hier unten ist noch platz und da gibt es solche kassetten die man reinsetzen kann und soll ich mal einer herholen ja ok am besten was fahrt entferner den braucht man ja auch mit dem habe ich nämlich gar nicht und da bin ich schon wieder was fahrt entferner bietet juwel übrigens auch an das rad und fahrt glaube ich ja drei sachen vier sachen zeige ich gleich noch mal das ist ja wahrscheinlich wieder sind das glas diese kleinen kügelchen und man kann dann natürlich auch statt dieser kassette zum beispiel eine tüte siporax rein machen ja sonder glas ist ja das haben wir in letzter zeit sehr oft erwähnt das kommt dann demnächst im filtermedien video also sind poröses glas ganz kurz noch dazu diese kassette kann man hier reinpacken und die müsst ihr eigentlich auch niemals wechseln die frage kommt immer wie oft muss man die tauschen das zeug hält ein leben lang weil es verschleißt nichts wird zwar irgendwann braun aber es verschleißt nicht diese kleinen kügelchen mit dieser riesengroßen oberfläche bieten den bakterien extrem viel siedlungsraum und wir wollen ja hier denitrifizierende bakterien haben die nitrat abbauen und hier unten ist die filterströmung langsamer und ihr müsst diese kann man auch nicht so oft sauber machen deswegen haben wir zusätzlich zu den zwei feinen schwämmen in denen auch denitrifikation passieren kann noch mal diese option es gibt aber noch eine andere option du hast es gerade schon gesagt juwel bietet noch ein also das heißt cirax und das andere nennt sich jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken wie gesagt ich habe die sachen ja selbst nicht im sortiment weil es einfach viele vergleichbare produkte gibt juwel bietet noch ein carbax das ist dann filter kohle was drauf carbax cirax das haben wir hier dieses keramik granulat oder keramik also in dem fall nicht sinterglas sondern keramik da gibt es verschiedene herangehensweisen entscheidend ist dass es porös ist so vorax das ist wahrscheinlich wieder dasselbe prinzip wie bei jbl und co also ein phosphat entferner auf eisenbasis und amorax was für mich jetzt sehr nach zeulett aussieht oder also das ist nicht dabei das könnt ihr euch dazu kaufen ich empfehle es bei mir jedem kunden im laden weil ich es für die meisten aquarien als kluge option halte dass eben zusätzlich noch mal die möglichkeit geschaffen wird zu denitrifizieren kompliziertes wort ansonsten kommt er wie gesagt nitrifikation denitrifikation das hat mich in meiner lehre wahnsinnig gemacht weil ich immer wieder vergessen habe was was war ja aber irgendwann irgendwann ist es halt drin genau so jetzt haben wir hier die oberste etage und die sieht aus wie ein schön belegtes brötchen also wir haben hier bist du denn für brötchen ich meine die lagen nicht die farben aber es wird bestimmt auch interessant aussehen als brötchen also wir haben hier einen groben schwamm wir haben einen grünen schwamm mit einer special funktion also das soll der nitrat entferner sein ja was was entfernt denn hier nitrat also man sieht ja schon der ist geschlitzt und da ist so nah also man spürt das dann da kommt so eine tablette rein oder ist eine tablette drin die also mittlerweile ist das so dass diese im prinzip bakterienkultur in diesem schwamm und die vermehrt sich dann und deswegen sollte es ein nitratfilter schwamm sein im prinzip ist es eigentlich ein ganz normaler grüner feiner schwamm braucht man das denn also selbst wenn es nicht funktioniert hat der schwamm ja trotzdem eine filterwirkung also ich lasse ihn eigentlich immer ewig im einsatz die frage ist jetzt ob man nitrat jetzt wirklich mit hilfe eines absorbierenden filtermediums entfernen sollte oder einem biologischen filtermediums ja das ist ganz lustig weil im hintergrund stehen die flaschen mit nitratdünger das wollte ich gerade sagen ja also wenn ihr einen sehr starken besatz habt und wenig pflanzen malawi tanganika becken und sowas dann bietet sich natürlich an phosphat und nitrat zu binden es sind eigen nährstoffe ja das stimmt wenn ihr keine pflanzen habt genau aber in normal pflanzen aquarium empfehle ich den leuten eigentlich immer erst mal wenn sie keine probleme haben den lieber durch den blauen schwamm zu ersetzen ja aber man kann eben das teil einfach laufen lassen wie es läuft also wie gesagt selbst wenn das jetzt filter bakterien sind die sich da vermehren irgendwann ist sowieso biologie in dem filter lasst den grünen schwamm einfach laufen also da muss man sich wirklich keinen kopf machen dann haben wir jetzt hier einen schwamm der ist ja sehr fest der ist mit kohle versehen also das ist quasi ein kohle panierter schwamm und der schwamm hat ja den effekt ich finde das eigentlich auch ganz sinnig in einem aquarium was jetzt neu ist das ist meistens immer noch ein bisschen trüb oder hat halt noch ein paar farbstoffe im wasser zum beispiel von der wurzel am anfang ist es okay man kann diesen kohle schwamm drinnen lassen ich würde ihn jetzt nicht permanent in jedem becken laufen lassen nach einer behandlung mit einem medikament oder wenn man mal ein algenmittel oder irgendetwas benutzt hat kohle holt gerüche farben und giftstoffe aus dem wasser kohle entgiftet ist auch in jeder küchen dunst abzugshaube ist auch kohle schwamm drinnen als großbinder in der katzen toilette oben ja auch ist das auch so also am anfang lasst ihn auf jeden fall laufen der funktioniert aber auch nicht ewig nach ein zwei wochen ist es sowieso verschlissen dann habt ihr zwei möglichkeiten entweder ihr könnt hier noch einen groben oder feinen schwamm rein bauen weil dafür ist noch genug platz oder ihr macht eine handvoll filter watte rein das kann man auch machen denn als letztes filter fließ hatte juwel also man nimmt eigentlich immer nur eins und das hält halt auch nicht ewig also das ist nach kürzester zeit eigentlich schon braun wenn im becken ganz frisch ist es schon effektiv mit diesen zwei filter medien das wasser wirklich richtig sauber zu kriegen man kann aber eben auch eine handvoll filter watte nehmen das mache ich bei uns im laden oft und packt die da oben rein geht auch funktioniert auch effektiv ist hier oben wie gesagt platz und diesen platz sollte man ausnutzen ja das gute ist hierbei natürlich dass der filter oben offen ist weil diese feinfilter fließe wenn die sich zusetzen das kann ja wie du gerade gesagt das relativ schnell passieren dann minimiert das auch die leistung des filters extrem und in einem außenfilter wenn bei wir hatten jetzt einige außenfilter aufgemacht ja und ich glaube nur bei eheim ist ein weißes fließt drin ja und das lasse ich zum beispiel grundsätzlich weg weil das die standzeit des filters extrem minimiert man muss den sehr häufig dann aufmachen um das das aufwand genau filter watte sollte man am besten immer nur dann einsetzen wenn man wirklich die möglichkeit hat täglich da dran zu kommen ja im mehrmals ist es sogar so krass dass man es wirklich täglich ausspülen sollte damit es nicht zur nährstoffschleuder wird ja phosphat nitrat genau hier kommt man halt einfach hintere klappe auf decken abnehmen und man kommt ran um das auszuwaschen oder zu ersetzen mit so vielen sachen ist es so und das ist generell bei jedem hobby so je einfacher etwas von der hand geht umso wahrscheinlicher ist es dass du das dann auch machst immer so denn wenn das ding nervt und du hast ja keinen bock drauf jetzt nicht oder heute nicht oder morgen nicht es wird nicht besser und den außenfilter auseinanderzunehmen irgendwann tropft sowieso oder irgendwie tropft sowieso was daneben es ist halt aufwand das ist halt dreck ist schon praktisch so das funktioniert schon du hast gerade gesagt ist ein deckel hier oben drauf was ich oft höre von kunden ist dass bestimmte fische oder garnelen irgendwie eine extreme neigung dazu haben den weg in diesen filter zu finden das höre ich auch oft also irgendwie haben die da bock drauf darüber zu klettern und dann sitzen sie eben in dieser filterkammer oder hier oben drauf wie kann man das umgehen ja einfach indem ihr hier in diese verbleibenden öffnungen auch einen schwamm rein stoppt oder ja warte oder einen schwamm und dann passiert das auch nicht und dann ist der filter auch garnelensicher kleine zwerggarnelen ja die finden ihren weg hier sowieso rein das passiert die finden einen weg auch hier rein hier oben ist es nicht so schlimm die kommen ja rein und raus hier an der seite ja was soll passieren die laufen dann halt in dieser filterkammer rum ist trotzdem nicht unbedingt das ziel der sache man könnte jetzt theoretisch wenn man das möchte das ganze noch mal auseinandernehmen und einen schwamm von innen dagegen setzen wenn ich die kartuschen raus ziehe ich den direkt in den becken wenn man nicht aufpasst kann das passieren ich mache es immer so ich nehme einen eimer ziehe die kartusche raus also beim beim wasserwechsel ist es so da ist das becken meistens eh etwas drüben wo ist denn eigentlich der schwamm heber der schwamm heber das ist ja auf den schlauch früher war so ein langer langer stab dabei ach ja mit man kennt das nicht mehr ich muss ich überlegen es gab mal ich glaube die ersten hatten diese diese geschichte ja nicht da hat man die schwämme nur so rein gemacht und da hattest du immer so langen stab dabei und schwamm heber damit man die schwämme da so rausziehen kann das ist ein korkenzieher mit langem stab kennst du das nicht mehr gar nicht mehr auf dem schirm rechtlich also das muss schon eine weile her sein ich mache das schon eine weile also juwebecken kenne ich schon eine weile aber aber da bin ich jetzt gerade also was es aber gibt ist von der juwe mulmglocke eine kleine mini mulmglocke mit der man diese kann man hier aussagen kann wirklich ja gibt es wirklich also ist dabei man kann aber auch einfach einen schlauch nehmen und hier unten mal absaugen wenn man diesen direkt der sich unten absetzt unbedingt weg haben will so alle paar monate ist das okay ich habe immer ein problem mit auf neue oder wenn du jetzt von der mulmglocke redest warum kenne ich das jetzt nicht müssen wir dazu sagen juwe verkauft an uns händler nicht direkt sondern wir müssen die aquarien ja immer über den großhandel beziehen und somit haben wir gar keinen richtigen direkten kontakt und man kriegt manchmal gar nicht man kriegt manchmal gar nicht mit ja dass da neue produkte wir müssen jedes mal in diesen juwe katalog schauen ja genau zu sehen was es da neues gibt es ist nicht so wie bei einem anderen außendienstler zum beispiel ist juwe gibt schon außendienst aber die sind nicht ständig unterwegs wo man dann permanent hingewiesen wird und ich habe auch schon den fall gehabt da kamen kunden und wollten eine farbige led damals als das neu rauskommt für ihr primo becken ich wusste gar nicht dass es die gibt da muss ich selber erst mal schauen denn wie du schon sagst wir bestellen juwelen nicht von juwels und dann über den großhändler und der großhändler sagt sich halt ja was du willst das wirst du schon bestellen noch mal ganz kurz zum sauber machen ich nehme den schwamm oder die kartusche nehmen sie raus halte meinen eimer drunter und dann gehe ich ans waschbecken wo mein eimer mit aquaienwasser steht indem ich das ausspüle außer die watte natürlich die hält nicht ewig okay ja taugt der filter oder taugt er nicht wenn der jetzt auch zwei unterschiedliche kreisläufe hat kann man wenn man jetzt wirklich die schwärme mal tauschen muss ja erst die eine etage machen man hat immer noch ja eine gute filterleistung durch den nicht gewechselten also ich bin ganz ehrlich ich mache den unteren teil so gut wie nie sauber weil er auch nicht wirklich viel dreck ankommt also in dem becken hinten das zeigen wir euch gleich und da läuft seit fünf jahren und es ist okay es ist okay jetzt die frage taugt er oder taugt er nicht ihr habt jetzt gesehen was hier alles drin ist ihr habt das konstrukt dahinter gesehen und die idee dahinter jetzt sicherlich verstanden er ist okay er ist wirklich okay also für einen moderaten fischbesatz das ist ja auch die kleine variante es gibt ja drei größen in einem großen becken wir stehen hier gerade daneben ist natürlich die jumbo variante drin da klar ist es natürlich etwas mehr leistung der kann wirklich in einem normalen aquarium die belastung wieder anfällt der track kann der filter gut kompensieren er läuft wirklich leise das muss man auch sagen es ist eine solide abprobte technik und aus meiner sicht spricht nichts dagegen diesen filter wenn man ein normales aquarium anstrebt das ganz standardmäßig gesellschaftsbecken einfach drinnen zu lassen man muss den nicht tauschen man muss nicht einen außenfilter nehmen und wenn man dann den skimmer noch kombiniert ja der kasten ist in der eck das ist okay man kann das ganze aber auch bepflanzen und wie ihr auch gleich sehen werdet mit dem moos cover oder eben mit diesem filter cover genau gibt es ja von juwel diese rückwände bei denen muss man allerdings auch aufpassen dass man hier unten das stück schon noch mit ausspart weil ansonsten geht die rückwand hier dran und ja dann ist das zu ja klar kann man alles machen fazit generell der filter ist okay der ist nicht nur okay der ist gut der funktioniert wir sind eigentlich sehr zufrieden damit und ganz ehrlich 90 prozent unserer kunden die wollen das normale schöne gesellschaftsbecken mit pflanzen mit fischen mit einer soliden simplen technik mit der sie auch klarkommen die sie nicht überfordert wo man nicht tausend dinge dazu kaufen muss wo nicht ständig was kaputt geht dann ist das okay völlig okay und dann kann man das auch guten gewissens empfehlen ja und jetzt zeigen wir unseren zuschauern mal wie das teil in einem laufenden becken aussieht und dann können sie sich glaube ich hier noch auch wieder ein geringer sehr geringer strumpfgebrauch ja ist ja nur die pumpe heißt denn das ding heißt ja eco oder bio flow aber eco flow ist die pumpe und von dem großen bio 350 hat das ding dann 8 watt ich glaube das ist zu verkraften bei dem jetzt muss ich selber noch mal schauen was hat die 600er pumpe jetzt werde ich es wahrscheinlich 7 watt fällt nicht wirklich ins gewicht also der heizer verbraucht in einem aquarium das meiste weil in zeiten von led beleuchtung ist auch die beleuchtung nicht mehr unbedingt so ein wahnsinnig teurer faktor also wie gesagt ja genau gut jetzt zeigen wir euch das ganze noch mal am aquarium und dann könnt ihr euch das ganze mal anschauen wie es laufen im laufenden betrieb und in einem eingefahrenen becken aussieht dieses becken steht an dieser stelle schon eine ganze weile vorher stand woanders bei uns im laden und wir haben das vom ersten tag an eigentlich als pflanzenverkaufs aquarium genutzt denn wir haben ja unsere normale pflanzenverkaufsanlage wir haben unsere in vitro weil die ist gerade dunkel und unaufgeräumt hier unten stehen die in vitro und es gibt bestimmte pflanzen die einfach langfristig besser halten wenn man sie unter guten bedingungen hält und hier in dem aquarium läuft eine co2 düngung das dünge ich auch flüssig mit dem aqua rebell konzept und es bietet sich halt an also es schwimmen noch ein paar fische drin zum zeigen es ist quasi wie ein aquarium was man zu hause haben könnte nur dass die pflanzen eben in töpfen stehen und die ziehen ein und die ziehen halt auch wieder aus und das becken läuft eben mit der original juwel technik hier oben ist auch noch die t5 beleuchtung drin mit reflektoren weil 2015 gab es die leds noch nicht aber es läuft und solange es läuft lasse ich halt eben auch so laufen und jetzt zeigen wir euch mal den filter so und den kleinen störenfried hier vertreibe ich jetzt mal da vergreift sich nämlich schon wieder an meinen neuen zarten mooss spitzen muss man gegen arbeiten also das ist der selbe filter den ich euch gerade gezeigt habe dieser bio flow m und hier vorne läuft der skimmer und der skimmer wie man sieht leistet auch gute arbeit der sorgt die pflanzenteile an und die werden nicht in einem kleinen schwamm gefiltert sondern waren dann direkt hier hinten rein und ihr seht hier auch da oben drauf ist filter watte mit dem filter schwamm das habe ich glaube ich vor zwei wochen das letzte mal sauber gemacht und das was hier wächst ist thaiwalmoos ricardia und süßwassertank und nichts davon habe ich jemals dahin gepackt das ist irgendwann mal von alleine wild gewachsen und hat seinen weg dahin gefunden wahrscheinlich weil es mal in der ecke gehangen hat und der also die biologie oder die faunenvielfalt an diesem filter die ändert sich eigentlich permanent weil einmal dominiert das und einmal dominiert das und wie man sieht der große schilos der hat sich hier gerade an den zarten mooss spitzen vergriffen das machen die manchmal wenn sie nicht ausgelastet sind ab einer gewissen größer sieht man das auf der kamera ja es sieht so wenn die dann so nackt wenn das stelle sind und diese kleinen blättchen sind nicht mehr dran weiß man also der verdächtige in dem fall hat sich ja gerade schon offensichtlich präsentiert als übeltäter das ist der große schilos denn ab einer gewissen größe und wie gesagt langeweile und wenig auslastung ja das stimmt machen die das kann aber bei amano garnelen auch passieren und auch wenn moos eigentlich derb und fest und bitter ist interessiert die nicht ja aber ich finde das ganze so trotzdem sehr sehr dekorativ der fest und bitter stören würde oder keine pinsel eigenfressen ja gut das stimmt aber vielleicht schmecken die auch besser als wir denken ich weiß es nicht aber er geht auf jeden fall ab einer gewissen größe auch an wo es ja müssen wir mal zu geben und so ist das halt aber wie ich gerade gesagt habe auch eine amano garnelen macht das wenn sie nicht ausgelastet ist also mit allen nicht ausgelastet ist ja gut du musst mal ganz kurz ja was ist denn das für ein landes tor muss das ist ein weibchen von morten thalerie sehr schön die männer die existieren leider nicht mehr und hier absolut lieblingsfische und völlig underrated ist der kaisersalmler ja ist auch mein absoluter lieblings haben sieht echt genial aus der hier auch noch ich werde nicht mehr ja und das und das ist nachschub hier im aquarium entstanden amapas amapasallel genau genau auuplized impress amapbaiensis genau das ist auch so wie die heißt auf deutsch auch glühlicht oder so was gibt ja amapagglälicht-samler oder wie auch immer die sind schon sehr alt aber wie gesagt haben ja schon für reichlich nachwuchs gesorgt wahrscheinlich auch wegen dem moos am filter also da berlin wo müssen die jungfischen ja hin genau das mache ich ja auch oft also wenn ich jetzt mulm sauge da räume ich ja immer alle töpfe raus dann ja sind die jungfische meistens hinten am Filter irgendwo versteckt und da unterwegs. Also man sieht dann schon, dass eben auch Jungfische davon profitieren und es sieht gut aus. Ähnlich wie der Schwamm beim Luftgeberfilter. Genau, da ist halt auch einiges an Leben unterwegs. Gut, ich hoffe, dass wir jetzt alle Unklarheiten und alle Fragen zum Juwel-Innenfilter beseitigt haben. Falls noch irgendwas offen sein sollte, wovon ich mal ausgehe, wie immer schreibt es unten in die Kommentare und wir gehen noch mal drauf ein. Aber ich denke, so als Basisinformationen sollte das jetzt erst mal genügen. Wir danken euch fürs Zuschauen und sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Individuellen Einsätzen besteht. Was denn jetzt? War ich gerade voll? Merkst du? Jetzt ist es auch irritiert. Und das Wasser, was in diese Kammer, also zur Pumpe hinfließt, wird gefiltert. Und zwar über diese individuellen Einsätze. Das machst du einfach weiter. Ja. Die Speicherkarte war leer und das ist sicher drin. Also du kannst jetzt sagen, wir sind jetzt wieder da. Genau. Ja, okay. Gut, dann nochmal. Also wir sind jetzt wieder da. Die Speicherkarte war gerade leer und wir mussten jetzt eine Zwangspause machen.